Das machen wir alles. Hier kommen die Jungs, hier alle fett. Ja, oh, da siehst du Aron, das war ein Pär auf, hier ganz schlau. Sauber, du würdest ja sehen hier, die Sieger. So, wollen wir sehen, wie das nächste Saison abgeht hier. Müller ist auch so weit, siehst du. Den haben sie heute für das Kuvert vollgemacht. Der bleibt hier, sowieso. Den anderen Kühe haben sie aus Urlaub wieder geholt, aus Mallorca. Jetzt kommt Kuddel hier, Kuddel, unser Fahnträger. Kuddel, na, wie geht's? Gut, ne? Die Krawalle. Hier auf dem Platz war kein Krawall.